so und dann habe ich noch mal sagen der impfung genommen du schulde ich dann nach ab eigentlich sag mal du schulde noch das darf man nicht dann geht es ja weg ich mache nur die nudeln ab ein bisschen und so weiter dann habe ich noch ein brühwürfel geschluckt als impfung so